Warte nicht auf etwas Besseres. Viele Menschen warten in einer bestehenden Partnerschaft insgeheim auf etwas Besseres. Woanders ist es aber gar nicht besser, sondern immer nur anders. Andere Beziehungen haben andere Probleme, die wir natürlich nicht wahrnehmen. Wir erkennen nie die ganze Wahrheit, sondern nur das, was wir sehen wollen. Was willst du in deiner Partnerschaft nicht sehen? Was glaubst du wäre mit einem neuen Partner besser? Biete dieses Potenzial in deiner eigenen Partnerschaft an und du wirst es haben.